Hey Leute, ich bin Maxi von Feel Your Media und heute gibt es das erste Game Review von mir. Es geht um das Spiel Don't Starve, welches am 23. April 2013, also vor 3 Monaten, unter Kly Entertainment auf dem Markt erschienen ist. Im Grunde funktioniert es wie Minecraft, am Anfang wacht man auf und bis zur Nacht muss man Ressourcen und Essen gefunden haben, damit man diese übersteht. Jedoch ist es in Don't Starve einiges schwieriger zu überleben, da man nicht einfach eine Hütte bauen kann, sondern in der Näge des Lagerfeuers, das man hoffentlich entzündet hat, ausharren muss. Während man in Minecraft auch in der Nacht ohne großes Risiko rausgehen kann, wirst du in Don't Starve ungefähr nach 10 Sekunden getötet, wenn du keine Fackel oder ähnliches dabei hast. Wenn du einmal stirbst, respawnst du nicht mehr. Je nachdem wie lange du überlebt hast, bekommst du Erfahrungspunkte und wenn du genug von denen hast, steigst du dein Level auf und schaltest deinen neuen Charakter frei. Jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel Immunität gegen Feuer. Das Spiel ist wahrscheinlich eines der am realistischsten aufgebauten Spiele. Es gibt nicht nur eine Lebens- und Hungeranzeige, sondern auch eine geistige Gesundheitsanzeige, die sich bei manchen Aktivitäten verschlechtert und bei Dingen wie Blumenpflücken verbessert. Außerdem verrottet Essen nach einiger Zeit, solange man es nicht in einem Kühlschrank legt. Don't Starve ist an einer zeichnungsartigen Grafik gestaltet, die etwas Mystisches an sich hat. Es kann ganz schön gruselig sein, wenn in der Nacht alles dunkel ist. Das Spiel kann schwer sein, wenn man sich nicht auskennt, aber zum Glück kann man es sich in diesem Fall leicht machen, indem man seine Welt einstellt. Mehr Nahrung, weniger Monster, was auch immer man will. Das Spiel bietet eine große Vielfalt, unter anderem weil es Mondphasen und Jahreszeiten gibt. Aber das liegt auch in den verschiedenen Biomen, unter denen es auch Dörfer gibt, dessen Bewohner einem helfen können. So wenig wie der Ender Dragon und der Viver in Minecraft gibt es hier auch Bossmonster. Als erstes jemand, dem ich bereits begegnet bin, der Tree Guard. Wer zu viele Bäume fällt, wird von diesem starken Gegner bestraft. Da gibt es noch eine Spinnenkönigin und einen Deer-Klob, was eine Mischung aus Reh und Zyklop ist. Was mich im Spiel stört, ist die ständige Anspannung. Nervigst aber auch, dass man häufig Monster trifft, von denen man nichts weiß, weil man keine Erklärung bekommen hat. Da kann ich euch gleich eines meiner Erlebnisse erzählen. Es war Tag 10 in der Früh, ich hatte meine Axt in der Hand und ging Bäume fällen, da ich Holz brauchte. Ich machte nichts Spezielles, auf einmal stand ein Baum auf, bekam Hände und Füße, lief mir hinterher und griff mich an. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich, der das Spiel nicht gut kennt, reagiert hat, als da plötzlich ein Monster, das fünfmal so groß ist, wie ich selbst auf mich zukam. Kommen wir noch zum Preis. Das Spiel kann man sich online für 16 US-Dollar kaufen, was 12,50 Euro entspricht. Das ist nicht viel für ein Spiel, das so einen großen Umfang bietet. Das Ganze ist musikalisch je nach Lage unterstrichen. Es bekommt wegen der ständigen Gänsehaut und des fehlenden Tutorials 8 von 10 Punkten. An sich ist das Spiel sehr gut, der Preis ist auch niedrig, aber man ist dauerhaft nervös und gestresst, was bei einem Spiel nicht sein sollte. Manche mögen das vielleicht, aber ich mag es lieber entspannter. Das war das erste Review von mir, ganz wichtig, schreibt mir Feedback in die Kommentare. Das ist mein erstes Review und das bedeutet ja, dass ich noch viel zu lernen habe. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Wenn ihr mal auf dem neuesten Stand sein wollt, bleibt doch mal auf der Facebook Page. Das war es für mich, wir sehen uns im nächsten Video.